hallo herzlich willkommen hier bei snack the one schön dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir das freut mich sehr wir sind zurück in der serie was heißt zurück wir führen die serie fort im letzten video gab es ja die drei allegatoren jetzt folgt mephistos fire mal drei also drei stück hier ist sowas ein bisschen kaputt mal gucken ob es funktioniert kurzum plan ist wir zünden hier an das geht dann hier weiter in die hauptzündschnur geht dann hier durch die batterie komplett durch geht dann raus aus der ersatzzündschnur und der zünde dann oder die zünde dann die zwei gefächerten batterien an seht ihr wurden hier mit zwei keilen gefächert das heißt wir haben insgesamt zwei durchgänge einzeln und doppelt mephistos fire hier schauen wir es uns mal an wie es aussieht nächste woche gibt es noch den miami 3er verbund der ist auch gefächert aber zuerst mal ganz viel spaß mit diesem hier so Das war's. 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 So, das war also der zweite Dreier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Like da, haut uns in die Kommentare. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum letzten 3x3. Bis dahin, macht's gut, ich bin raus und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017